Wart doch mal kurz Tunnelblick Oh, der Holbe ist hier meint. Moment, ja. So. Ich habe mal eine Runde geholt. Yeah, die Trophäer. Soll ich das mitnehmen? Ich weiß nicht. Oh, da gleich drei Stück sind im Angebot. Ah, ja, ja, okay. Okay, einen nehme ich mit. Ah, okay. So. Dann mach ich mal gut hier vorne. Und du auch da, so. Achtung. Oh, je. Mal sind wir links, mal sind wir rechts. Achtung. Boin. Dein Befort. Oi, 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 oi. Äh, oi, oi, oi. ok da ist sogar noch ein wagen drauf naja wenn ich war der tatut meine panne hat haben sie noch einen wagen naja ich weiß nicht ob ich noch mal dieses ding brauche scharfützchen gewehr den sniper gleich drei moment so guten tag die parkarten hier bitte da 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 oh moment naja naja Genau, jetzt kommen wir hier in dieses Schneegebiet rein, wo das ja am Anfang dann irgendwann angefangen hat, wo er dann mit diesem Zug dann diesen Unfall da hatte, wo er dann dran hängt da hin. Ach, mein Geh. Plam, da ist auch eine Gefahr. Ja, geht noch in Deckung. So, jetzt. Ich glaube nicht. Der Zug ist noch so lang, ey, und kann ich mir die Aussicht genießen, weil der immer gefallen wird. Ich glaube nicht. So, Moment. Hier, guck mal. Oh, 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 oh. Der war verdammt knapp. Das ist alles. Okay, dann nehme ich erstmal die Waffe hier. warte mal Kaliber 12 ok na ich nehme erstmal meinen Alter wie lange ist denn noch der Zug ne das geht nicht ich gehe ich gehe ich gehe ich gehe Ja, für die kleinen Bisschen Muni, das ist toll. Hä? Ah, Himalaya, äh hallelujah, oder? Nee. Ah, die haben jetzt seine kleinen Waffe da. Oh weia. So, weg mit dir. Und da fällt er, und weg ist er. Hui. Hör doch mal auf hier. Okay. Okay. Hä? Wieso sind da rüber? Bäm. So, weg mit dir. Alter, ist der lang. Wieso ist der lang? Alter. Was? Was war denn das? Ah. Ah... Okay. Der ist aber früher, ey. Boah, ich sag mal, was ist denn mit Genie los? Hoi. Nein, kein Heli. Aha. Hallo. Hallo. Oh, ja, witzig. Alter, immer wieder Felder runter, ey. Ich hasse Helikopter. Da bist du nicht der Einzige. Kann ich das hier benutzen. Oh, ja. Oh. 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 Oh, das ist nicht gut. Oh. Oh. Okay. Okay. Kann ja viel aufpressen. Wow. Ah. Ei, 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 ähm, ne, ich komm da nicht raus. Ey, ich bin da so gar nicht rausgekommen. Das heißt, du musst den irgendwie dann kaputt machen, ey. Eher kommst du da nicht raus. Oh, I would. Bam, bam, bam! Oh, hier ein Greifer. So, jetzt geht's ab, Herr Fetter! Oh, dann gehen wir auf die Nacht! Ähm... Ich nehm mal diese Waffe. Naja... Ja, für dich. Alter, was hält der denn aus? Der hat doch gar keine Rüstung an. Hallo? So, aber der ist ganz normal irgendwie geklagt. Keine Rüstung an. Und den hält dann noch so viel Treffer aus. Was soll denn das? Komm her raus! Wie gefällt dir das? Oh, 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 okay. Ich bin der Fall. was ist denn mit den los das gibt es doch gar nicht mit denen guck dir das an das gibt's doch nicht hallo was ist denn mit den wie du stirbt er denn nicht der kriegt auch voll paar handgranaten ab das gibt es doch gar nicht mit denen also der übertrieben stark er das kann doch wohl nicht wahr sein jetzt ja das reich aber schon mit langem stil hier der schlägt mich einmal zu und schon bin ich hier rot aber bei den stirbst du so oft über keinen anderen gegner das kann doch nicht wahr sein mit denen du das kann doch nicht wahr sein da kommen wir in dem auch vorbei oder was wie doof ist der denn dass der auch granaten überleben kann ich treffe den und treffe den und treffe den und treffe den ey das gibt es doch gar nicht mit denen du nur ein bosskampf hier aber was soll der kack denn ey das bist du ja ja den kommt man mit dem kampf so gar nicht gegen an sommer gibt's da nicht Boah, Alter. Herder mit Mistkerl. Genau zur rechten Zeit. Bei dir alles klar? Raus aus dem Zug, Nate. Was soll denn das heißen? Weißt du, was ich mitgemacht habe? Ich hab dich nie gebeten, hier den Helden zu spielen. Chloe, komm jetzt. Wir haben keine Zeit. Genau. Also raus aus dem Zug. So schnell du kannst. Und dich lass ich hier. Du hast dich doch schon entschieden. Was hast du denn erwartet? Ich hab erwartet, dass du mich deckst, Nate. Und das hab ich auch. Wie denn bloß mit den zwei anderen am Hals? Dann viel Glück mit Flynn. Ihr passt zu einander. Ich fass es nicht. Du weißt einfach nie, wann Schluss ist. Was? Kein cooler Spruch? Keine schlaue Antwort? Ich... Nein! Das tust du nicht! Halt! Lass ihn laufen! Erlöst ihn von seinem Elend! Genau! Erlöscht ihn! Du bist so eine Scheiße. Zugunglück. Tja, jetzt weiß man wie es angefangen hat. Ich häng hier so rum. Gar nicht gut. Ja. Ja. Loslassen wäre leichter gewesen. Ach komm, kleine Pause. Du musstest den Helden spielen, was? Dämlich. Okay, dann geht's hier rüber. Ich weiß nicht mehr, was sie mal waren. Hoffentlich hält die. Ich hab die Kletterreise. Ähm. Nein. Ich hab die Kletterreise. Nein. Ich hab die Kletterreise. 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 Los geht's. Okay, dann muss ich das hier auf Stopp machen. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Bis dahin, mach's gut und Bye Bye. ... ... Vielen Dank.